downhill aktion die unterhaltung doch die schneide ich auf jeden fall rein kann man ein kleines edit nachher zusammenschneiden servus leute und herzlich willkommen zu einem neuen video wir sind heute im bikepark bad lindelangen genau wir schauen dann einfach mal was so geht auf jeden fall eine mega geile aussicht wieder aus dem lift und ja ich würde sagen viel spaß mit dem video also wir fahren jetzt erstmal ein bisschen freeride strecke genau und dann schauen wir mal was das so geht ein bisschen ins flett alter wohin einfach das flertgefühl junge was ist das? keine ahnung Timo zieht mich schon wieder ab hier wo ist das? wir sind die ganze zeit aber das musst du dann reinschneiden die unterhaltung die unterhaltung? doch die schneide ich auf jeden fall rein gerade jetzt weil du es gesagt hast auch jetzt jetzt wird eine gabel rum gespielt nicht gut ich muss nicht gestarten Wir sind hier auf dem Weg, aber wir sind hier auf dem Weg. Oh, hell. der Zaun hat es aber auch notwendig alter bin da voll über so ein ding drüber nicht voll ausgehebelt das ist staubig alter du kommst da nicht zum stehen so so Bis zum nächsten Mal. Alter! Geil! Alter! Ja! Da kann man ein kleines Edit nachher zusammenschalten. Alter! Der war durch. Ich bin da gerade beim Step Up Step Down komplett ins Fled. Echt? Downhill Action! In Hintelang! Jo! Mit dem Dümer! Ach, egal! Downhill Aktion! Irgendwann! Och neöööö WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR